Vielleicht hier noch eine kleine Bemerkung. Ich werde jetzt in dem Vortrag, so wie es im Bereich, jetzt im philosophischen Bereich üblich ist, nicht Williges sagen, sondern Herr Jäger oder Jäger. Also wenn Sie in der Philosophie ein Buch lesen, dann steht da auch nicht Georg Friedrich, sondern es steht Hegel oder nicht Martin, sondern Heidegger. Ja, insofern werde ich also von Jäger sprechen. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die freundliche Einladung zu diesem Symposium und anerkenne den Mut, den Benediktushof hiermit einem freien und öffentlichen Dialog zu öffnen und auch mich als eine kritische Stimme dazu einzuladen. Aber auch für mich bedurfte es einigen Mutes und eben solcher Offenheit, denn wie Sie alle ja wissen, ging dieser Veranstaltung eine längere, teilweise etwas hitzige Debatte in der Zeitschrift Publik Forum voraus, in der ich mich aus einer buddhistischen Sicht heraus kritisch zu Williges Jägers Interpretation des Zen geäußert habe. Das hat mir einige sehr unerfreuliche und unfreundliche öffentliche Antworten und auch private Zuschriften eingebracht. Die gingen sogar so weit, mir abzusprechen, irgendwelche spirituellen Erfahrungen gemacht zu haben oder den Anspruch zu haben, buddhistische Sichtweisen zu äußern, weil das Dogmatismus sei. Es ist für mich aus persönlichen Gründen aber auch ein berührendes Ereignis, an diesem Ort und zu diesem Thema eingeladen zu sein, da sich für mich damit in gewisser Weise ein biografischer Kreis schließt. Denn genau hier, im Umkreis dieser Landschaft, habe ich die entscheidenden Kindheits- und Jugendjahre verbracht, die mich auf jeden Weg führten, aufgrund dessen ich hier nun stehe. Anders gesagt, nicht weit von hier, in Richtung badisches Frankenland, hat unsere Familie einige Jahre gewohnt und habe ich die mich bis heute prägenden spirituellen Anregungen bekommen. In der Hoffnung, mich damit nicht ungebührlich in Szene zu setzen, möchte ich als Einstieg ein wenig von meinen frühen Lebensjahren in dieser Umgebung erzählen, weil darüber auch etwas für unser Thema deutlich wird und weil ich es grundsätzlich für wichtig halte, dass erkennbar wird, aus welchem Hintergrund jemand etwas denkt oder sagt. Denn alles ist in einem Kontext vorhanden. Ich komme aus einer der katholischen Kirche über viele Generationen hinweg sehr eng verbundenen Familie. Sowohl auf mütterlicher wie väterlicher Seite, geprägt von Priestern, Theologen, Ordensleuten, Kirchenbauern, christlichen Künstlern und Autoren. Auch gelegentliche Besuche von katholischen Missionaren in und aus fernen Ländern hatten wir zu Hause, woraus bei mir schon sehr früh ein Interesse an der außereuropäischen Welt und an anderen Religionen entstand. Im Rahmen dieser familiären und kirchlichen Kontakte war ich als Kind auch öfter in Würzburg und hier war einmal in einem großen Benediktinerkloster in der Stadt. Sie ahnen es vielleicht, es war ziemlich wahrscheinlich das ehemalige Kloster von Williges Jäger. Ich kann mich noch gut daran erinnern, denn dabei durfte ich mit einem der Mönche in die Klausur, was mich tief beeindruckte. Daraufhin kam in mir der Gedanke auf, ebenfalls Mönch zu werden. Es muss ungefähr so im Alter von acht Jahren gewesen sein. Ich war dann, ich wurde tatsächlich später auch Mönch, aber nicht katholischer, sondern buddhistischer in China, in Thailand und in Burma. Ich war dann auch eifriger Ministrant und ich besuchte ein katholisches Internatsgymnasium der Palutiner in Buchen, einem Städtchen am Ostrand des Odenwalds. Und dann mit 16 Jahren, das war im Jahr 1962, also vor 50 Jahren, ein plötzliches intensives mystisches Erlebnis auf einem kleinen Bahnhof auf dem Rückweg von der Schule. Es war eine Erfahrung der wechselzeitigen Verbundenheit aller Phänomene. Dieses Ereignis prägt mich und mein Leben bis heute. Kurz nach diesem Erlebnis stoße ich beim Besuch eines Schulfreundes in dem katholischen Wallfahrtsort Waldürn auf ein kleines Buch mit dem Titel »Lehrreden des Buddha«, übersetzt und herausgegeben von dem Indologen Hermann Oldenberg aus dem Jahr 1922. Ich bekomme das Buch geschenkt, lese darin und finde zu meiner Überraschung mein mich umwälzendes spirituelles Erlebnis dort dargestellt. Auf der Stelle beschließe ich, ich bin Buddhist. Das war also mit 16. Kurze Zeit später begegne ich einem indischen Yogameister, auch so eine ganz verrückte Zufälligkeit, der mich in die Yogameditation einführt. Und kurz danach eine Ballettlehrerin, für deren Ballettaufführungen ich Kulissen male, die bringt mich zum Zen und zu den Zen-Künsten. Und das wird mein spiritueller Weg für die nächsten 25 Jahre. Zunächst aber hatte all das dramatische Folgen, nämlich Zusammenbruch meiner christlichen Glaubensüberzeugung, schwerster Konflikt mit meinem Vater, Abbruch des Gymnasiumsbesuchs, Beginn einer Handwerkslehre, tiefe Krise mit mir, meiner gesamten Situation und Umgebung und der damaligen Zeit und Welt. Die begegnet meinem Interesse an asiatischer Spiritualität mit völliger Fremdheit und Ablehnung. Aus Asien kann nichts Gutes und Vernünftiges kommen, Buddhismus ist Götzendienst, aber Glaube, Pessimismus, Nihilismus. Nur im Christentum gibt es Wahrheit, nur Jesus erlöst uns, nur in der Kirche ist Heil. Und selbst über den christlichen Horizont hinaus, sogar in den kleinen für Asien damals offenen Kreisen, herrschte noch die grundsätzliche Einschätzung, wie sie Ratjad Kipling, der Vater des Dschungelbuchs, formuliert hatte. Ost ist Ost und West ist West und niemals werden sich die beiden verstehen. Ähnliches äußerten sogar C.G. Jung, Karl Jaspers, Jean Gipser und viele andere. C.G. Jung hat zum Beispiel sogar vor buddhistischer Meditation gewarnt. Damals zu der Zeit. So suche ich nach Übereinstimmungen und Parallelen im eigenen kulturellen Raum und finde sie, es ist inzwischen das Jahr 1965, bei Meister Eckart, Johannes Tauler und Heinrich Seuße, beziehungsweise Suso aus Konstanz. In Konstanz wohne und studiere ich inzwischen auch und das Kloster, in dem Suso gelebt hat, war ungefähr 100 Meter von mir entfernt und 50 Meter von meiner Wohnung war die Schule, in der Heidegger in der Schule war. Meine Entdeckung bestärkt mich sehr und fortan bin ich überzeugt, in der Mystik die abendländische christliche Entsprechung zum Buddhismus und zu meiner eigenen Erfahrung gefunden zu haben. Diese Auffassung bin ich dann bis Ende der 90er Jahre. Seit jenen frühen 60er Jahren ist in unserer Welt sehr viel geschehen und hat sich enorm viel verändert. Inzwischen sind viele tausend Menschen ebenfalls auf einem an Mystik und Buddhismus orientierten Weg und ist es möglich, einem breiten Angebot in der Hinsicht zu folgen. Doch auch hier muss ich feststellen, so wie ich mich vor 50 Jahren als einsam und mühsam gegen den Strom des Zeitgeistes anschwimmend empfand, so erlebe ich mich gegenwärtig in einer ähnlichen Situation nur umgekehrt. Viele ehemalige Christen wie Nichtchristen und auch zahlreiche Buddhisten sind heute von der Einheit und Gleichheit von Ost und West, von christlicher und nichtchristlicher Religion und von einer in allen Religionen gleichartig aufzufindenden Mystik überzeugt und wird überall einstimmig gesagt, alle Spiritualität habe doch letztlich ein und das gleiche Ziel, nämlich das der Einheit. Und erneut muss ich dem herrschenden Zeitgeist widersprechen. Wo früher zu starr und abgrenzend die gegenseitige Fremdheit und Unvereinbarkeit gesehen wurde, wird heute zu vorschnell und verschwommen die Gemeinsamkeit und Einheit von allem erkannt und wird dieser Haltung erneut als die einzig wahre und mögliche dargestellt. Hiermit bin ich dann auch bei unserem speziellen Thema. Da heißt es im Grußwort der Einladung, Mit diesem Satz kann ich voll und ganz übereinstimmen. Und für mich ergibt sich an ihm keine Kontroverse. Ich sehe diese Aussage als die gemeinsame Basis unseres Dialogs. Und ich möchte betonen, die Gemeinsamkeit in dieser äußerst wertvollen und noch lange nicht allgemein verbreiteten Sichtweise sollten wir bei allen Konflikten und Meinungsverschiedenheiten, die sich in unserer Begegnung im Weiteren auftun werden, nicht vergessen. Alles, was ich im Nachfolgenden sagen will, ist im Grunde nur eine gewisse Ausweitung dieses Satzes, nämlich in der Form, die unmittelbare Erfahrung der Wirklichkeit ist frei von allen Interpretationen und übersteigt jegliche konzeptionelle Zugehörigkeit. Im ursprünglichen Satz steht, frei von religiösen Interpretationen, ich sage von allen Interpretationen, und von konfessioneller Zugehörigkeit, ich sage konzeptionelle Zugehörigkeit. Das heißt also, ich fasse diesen Satz weit offener oder radikaler, könnte man sagen, umfassender. Hiervon ausgehend beginnt die Kontroverse dann auch schon leider beim nächsten Satz des Grußwortes. Williges Jäger sieht das Zen nicht buddhistisch und die Mystik nicht christlich. Nach ihm sind die Religion eine kulturell bedingte Tradierung und Institutionalisierung dieser alles übersteigenden Einsicht, die für jeden, der sie macht, gleich ist. Weder der hier dargestellten Position Jägers noch der nachfolgenden Darstellung der Gegenposition kann ich folgen. Meinem Eindruck nach wird das tatsächliche Problem im Verhältnis von Williges Jäger zum Buddhismus, auf den er sich ja sehr stark bezieht und zurückführt, hier nicht gesehen. Das Problem besteht darin, dass Jäger eine ganz bestimmte spirituelle Erfahrung, die er gemacht hat und die er seither lehrt, als die unmittelbare Erfahrung der Wirklichkeit darstellt. Während die Mehrheitstradition des Buddhismus diese spezielle Erfahrung nicht einzig und allein als die unmittelbare Erfahrung der Wirklichkeit ansieht. Mit anderen Worten, aus buddhistischer Sicht verabsolutiert Jäger seine, beziehungsweise eine bestimmte mystische Erfahrung, nämlich die Einheitserfahrung, die Erfahrung der Einheit von Sein und Bewusstsein, der Einheit von des Einen und des Vielen, als die Erfahrung, die in allen Religionen vorhanden sei, die allen Religionen letztlich zugrunde liege, die alle Religionen schließlich machen müssten und auf die alle Religionen evolutionär hinauslaufen würden. Außerhalb dieser mystischen Erfahrung, dieser universellen Einheitserfahrung, kann es für ihn keine andere erwähnenswerte oder anerkennenswerte spirituelle Erfahrung geben. Diesen besonderen Anspruch und diese einseitige Sichtweise kann der gesamte Buddhismus in keiner Weise akzeptieren. Denn dies entzieht dem Hauptstrom des Buddhismus, insbesondere dem Buddha selbst, der noch andere und aus seiner Sicht weitergehende spirituelle Erfahrungen kennt, die Grundlage und Anerkennung. Und das bestätigt sich auch, indem Jäger, wenn er von Buddhismus spricht, immer nur von der kleinen japanischen Zen-Schule spricht. Und alle anderen großen Schulen des Buddhismus, wie etwa den Theravada in Südostasien oder den tibetischen Buddhismus, völlig ignoriert. Nochmal gerade zum Zen. Der Zen ist eine Unter-Unter-Unterschule des Buddhismus. Das ist nicht die Meditation im Buddhismus, sondern es ist eine kleine Schule. Er gehört zum Mahayana und das ist auch wieder eine Unterschule des Gesamt-Buddhismus. Und es gibt auch noch Zen-Traditionen in anderen Ländern, wie in Vietnam und in China und so weiter, Korea. Aber sich nur auf den japanischen Zen zu konzentrieren, auch der japanische Zen ist in Japan eine von 40 verschiedenen buddhistischen Schulen. Meditation wird aber überall praktiziert, nicht nur beim Zen. Jäger spricht und schreibt immer wieder vom Überschreiten der eigenen religiösen Konfession. Nun ist der Buddhismus aber gar keine Konfession, denn Konfession heißt Glaubensgemeinschaft. Im Buddhismus gibt es weder ein Glaubensbekenntnis noch eine Theologie. Er hat lediglich philosophische Sichtweisen. Wer ihn wirklich kennenlernen möchte, muss sich darum mit philosophischen Aussagen befassen. In Williges Jägers Texten stelle ich jedoch durchgehend fest, dass er in seinem Verständnis des Zen und des Buddhismus seine eigene philosophische Konfession in keiner Weise überschreitet. Zweifellos überschreitet Jäger den traditionellen Katholizismus und weitgehend auch das herkömmliche Christentum. Doch überschreitet er nicht den Rahmen der abendländischen Philosophie, genauer der traditionellen abendländischen Metaphysik des Parmenides, Platon, Aristoteles, Plutin, Meister Eckart und Hegel. Fast alles, was er zum Zen und zur Mystik sagt, lässt sich auf jene genannten europäischen Philosophen zurückführen, während er die buddhistische Philosophie mit ihren Aussagen und Autoren mit keinem Wort erwähnt. Nicht nur indirekt, sondern auch direkt und ausdrücklich beruft sich Jäger auf die genannten abendländischen Philosophen und setzt deren Metaphysik wie der Mystik gleich und kündigt sogar das 21. Jahrhundert als ein Jahrhundert der Metaphysik an. An dieser Stelle sollte ich wohl kurz erklären, was unter Metaphysik zu verstehen ist. Das geht aus dem Wort gut hervor. Meta heißt dahinter oder darüber stehend, also das Jenseitige, das was Jenseits von etwas ist. Den Begriff Physik kennen Sie ebenfalls. Er darf in diesem Zusammenhang aber nicht mit dem gleichgesetzt werden, was wir heute damit meinen, nämlich die Physik als Naturwissenschaft. Vielmehr ist er im ursprünglichen antiken Sinne zu verstehen. Die Physis ist alles sinnlich wahrnehmbare Körperliche und das ist vor allem die Natur. Die Metaphysik befasst sich somit mit dem, was über die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit hinausgeht. Also das Reingeistige, die reine Vernunft, wie es bekannt heißt. Es ist das Sein an sich, das Wahre, das Ewige, das Gute, das Eine, das Absolute, das Intelligible, wie es Platon nannte. Meister Eckart bezeichnete es als Intellektus. Nur diese Dimension wird von den oben genannten Metaphysikern als wirklich anerkannt, wenn das Gegenteil, das Veränderliche, Vielfältige, Relative, Natürliche, Sinnliche als unwahr oder weniger wahr oder als nicht wirklich existent gesehen wird, als Schein oder Täuschung oder bloße Schattenwelt gilt. So vor allem bei Platon. Der Daum, das auch Doxa nannte, Meinung, bloße Meinung. Nun ist die abendländische Philosophie allerdings seit ca. 150 Jahren dabei, sich von dieser heute als Last gesehenen 2500-jährigen Tradition der griechischen und scholastischen Metaphysik zu befreien. Wir haben nicht nur die schwere Hypothek der amtskirchlichen christlichen Theologie, sondern auch die nicht minder schwere Hypothek der metaphysischen Deutung der Wirklichkeit zu bewältigen. Denn eine der Folgen dieser Sichtweise ist die abendländische Naturfeindlichkeit, die Körperfeindlichkeit, die Frauenfeindlichkeit und die Verherrlichung der Vernunft, der Rationalität und des Subjekts. Und alle bedeutenden Denker des 20. Jahrhunderts, seit Nietzsche und Freud, wie Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Adorno, Guzzoni, Habermas, Foucault, Derrida, Wattimo, Sloterdijk, Jung-Chul Han und so weiter. Ich könnte noch eine lange, lange Liste aufführen. Alle gehen heute diesen Weg der Verwindung der Metaphysik, wie es Heidegger nannte. Verwindung, damit meint er, es geht nicht um eine Überwindung oder Niederringung, eine Besiegung der Metaphysik, sondern es geht um eine Heilung, ein Verschmerzen, Verheilen, Ausheilen der Metaphysik. Das meinte Heidegger. Gerade die von Jäger vielfach beschworene neue Religions- und kirchenkritische Spiritualität, also das, was hier auf dem Benediktushof praktiziert wird, ist ein unmittelbarer Ausdruck dieser Selbstkritik an der abendländischen Metaphysik. Heidegger, der selber aus einer urkatholischen Familie stammte und Priester werden wollte, nannte sie später Ontotheologie. Die Einheit von Ontologie und Theologie. Ontologie, also die Wissenschaft von Sein oder die Lehre von Sein und Theologie, die Lehre von Gott. Und beides zur Einheit zusammengefasst ist Ontotheologie oder anders gesagt, die Gleichsetzung oder die Ineinsetzung von Sein, Gott und Vernunft. Sie ist das, was auch die zentrale und fortwährend betonte Grundposition des geradezu rückgeträgenen Papstes ausmachte. Die unlösbare Verknüpfung von jüdischer Gottesoffenbarung und griechischer Vernunftphilosophie. Ohne die Kritik an der abendländischen Ontotheologie wäre Sein im Westen gar nicht möglich geworden. Heidegger war mit seiner Metaphysikkritik einer der Wegbereiter dafür. Nicht zufällig bildeten japanische Philosophiestudenten und frühe westliche Sein-Praktizierende seine treuste Schülerschaft. Und aufgrund dessen gibt es, wie Sie sehen, einen gravierenden Widerspruch zwischen dem, was beispielsweise japanische Sein-Praktizierende, die heute, also Philosophen jetzt, die meistens heute Heidegger-Schüler sind, auf der einen Seite, also Metaphysik-kritisch, während Jäger ausgesprochen Metaphysik-freundlich ist. Das ist ein ziemlich gravierender Widerspruch. Williges Jäger schreibt der Religion die Aufgabe zu, zur Erfahrung der Wirklichkeit zu führen. Dem will ich nicht widersprechen. Doch verbirgt sich in Jägers Sicht eine Einschränkung und Festlegung, die, wie schon gesagt, aus buddhistischer Sicht nicht akzeptiert werden kann. Denn für Jäger ist die Erfahrung der Wirklichkeit letztlich eine metaphysische Erkenntnis, nämlich individuelle Gotteserfahrung, Einheitserfahrung, Selbsterfahrung. Erfahrung der Einheit meiner Selbst mit dem Absolut Einen. Immer wieder gebraucht er hierfür das Bild von der Einheit der Welle mit dem Meer. Sie haben es gestern Abend ja auch oft gehört. Die persönliche Einheitserfahrung, die Unio Mystica, wird von Jäger, und nicht nur von ihm, von zahlreichen Zen-Lehrern im christlichen Bereich als das herausgestellt, worum es der Mystik, der Kontemplation und dem Zen einheitlich gehe. Das bedeutet nun aber, dass alles nicht göttliche, nicht eine, nicht selbsthafte, nicht absolute, aus der direkten Wirklichkeitserfahrung ausgeschlossen ist. Und das entspricht exakt dem Prinzip der Metaphysik, die sich ja definiert als Metaphysika, als über aller Natur stehende Wahrheit. Der Buddha vor 2500 Jahren in Indien war demgegenüber wohl der erste Kritiker des metaphysischen Denkens in der Menschheitsgeschichte. Sein ihm eigener Weg geht von dieser Grundhaltung aus und ist nur von ihr her zu verstehen. Darum setzt auch meine Kritik an williges Jäger hier an. Jäger warf in seinem Publikforum-Beitrag Pater Enomir LaSalle vor, dieser habe seine religiöse Konfession nicht überschritten und meinte damit, er selbst habe das getan. In den zahlreichen Veröffentlichungen Jägers wird jedoch deutlich, dass er seine Konfession die des theologischen Monotheismus und des philosophischen Monismus, also der Orientierung auf das eine, also der abendländischen Ontotheologie, auch nicht überschritten hat. Er verbleibt komplett in ihr. Was er lehrt, ist eben doch ein christlicher Zen, genauer ein platonischer Zen. Es ist kein buddhistischer Zen und kein transkonfessioneller Zen. Einen solchen gibt es bisher auch nirgendwo. Die abendländische metaphysische Sichtweise von Jäger wird sehr deutlich, wenn er auf seine Interpretation des Bildes von der Welle und vom Meer zu sprechen kommt. Sein Verständnis beruht auf dem Konzept vom Ganzen und vom Teil, vom Einen und vom Vielen. Das Meer ist das Ganze und Eine, die Welle ist das Teil und Viele und das Ziel besteht darin, dass sich die Welle, also das Teil und Viele, als Eins, wie der Meer, dem Ganzen und Einen erfährt. Völlig anders die Sichtweise des Buddhismus. Hier geht es darum, zu erkennen, dass es letztlich weder das Meer noch die Welle gibt, dass beides nur Konzepte sind. In der direkten konzeptfreien Wahrnehmung gibt es lediglich Wellen von Wellen von Wellen. Nur unbegrenzte fließende Gegenwart. Es gibt kein Meer, sondern es gibt unendlich viele Wellen und diese Wellen bestehen wieder aus Wellen und diese Wellen wieder aus Wellen und das ist das, was wir direkt wahrnehmen. Wir nehmen kein Meer wahr, sondern nur das, was sich bewegt. Und das ist die Erfahrung, um die es dem Buddhismus geht. Der Buddha hat seinerseits nicht nur den Polytheismus, sondern auch den Monotheismus, jeden Theismus zurückgewiesen, und nicht nur den philosophischen Dualismus, sondern auch den philosophischen Monismus überschritten. Für ihn gab es weder eine Vielheit ewiger Götter noch die eine ewige und absolute Gottheit. Ebenso kein unveränderliches, mit sich identisches, vernünftiges, wahres, absolutes Sein, das ist Platon, welches den vielfältigen, unbeständigen, enttäuschenden und letztlich nichtigen Erscheinungen erst ihre abhängige und unterworfene Existenz und Bedeutung gibt. So wie es also Parmenides, Platon, Aristoteles lehrten, aber auch die mittelalterliche christliche Scholastik und unter anderem auch Meister Eckart. Für den Buddha ist die unmittelbare Erfahrung der Wirklichkeit keine Erfahrung der Einheit. Denn die Wirklichkeit begegnet uns im Gegenteil als Vielheit, Vielfalt, als Buntheit, als Lebendigkeit, als Veränderlichkeit, als Neuheit, als Unberechenbarkeit, als Offenheit des unendlichen Geschehens. Und diese Wirklichkeitserfahrung nennt der Buddha Leerheit. Ein anderer Begriff ist Soheit. So, so wie das. Dieser Moment, dieses Geschehen in diesem Augen. Der buddhistische Begriff Leerheit hat deshalb weder etwas mit dem Begriff Nichts, noch mit dem Begriff Einheit zu tun. Diese beiden gegensätzlichen Begriffe mit Einheit gleichzusetzen, ist ein völliges Missverständnis dessen, worum es dem Buddha und dem Buddhismus geht. Wer demnach in seiner meditativen Praxis Einheit erfährt, erfährt nicht Leerheit. Und wer Leerheit erfährt, erfährt nicht Einheit. Es sind zwei verschiedene Wege und Erfahrungen, die allerdings auch nicht voneinander getrennt werden können, denn sie sind komplementär. Und das ist jetzt auch wichtig. Es wird nicht das eine oder das andere ausgeschlossen, sondern beides gehört zusammen. Die Erfahrung der Einheit ist die Erfahrung der Mystik. Jeder Mystik. Der Mystik aller Religionen, auch der Mystik, die es im Buddhismus gibt. In diesem Punkt ist Säger voll zuzustimmen. Buddhistische Spiritualität ist jedoch nicht nur Mystik und Einheit. Sie ist auch und weit mehr Erfahrung des Sunyata, der Leerheit, der Soheit. Und diese Erfahrung der Wirklichkeit ist überall zu finden, nicht nur in der Religion, auch in der Philosophie, in der Wissenschaft, in der Psychologie, in der Kunst, in der Arbeit, im Essen und Trinken, in der Kommunikation, in der körperlichen Bewegung, in der Erotik und Sexualität, in der Begegnung mit der Natur, im Erleben all unserer momentanen, sinnlichen Empfindungen. Kurz im Leben in all seinen Dimensionen, Facetten und Aspekten. Das alles sind jedoch Bereiche, die im Abendland aus der Religion und Philosophie weitgehend ausgeschlossen oder von diesen stark eingeschränkt und reglementiert wurden. Das Leben durfte sich nicht in seiner Lebendigkeit zeigen und entfalten, sondern alles sollte sich dem Diktat des unveränderlichen, absoluten, vernünftigen Ein unterwerfen. Und das ist mehr denn je heute ja das Problem der katholischen Kirche. Das veränderliche, vielfache, ungreifbar, nicht eine, bedroht die auf das eindeutige Objekt und den festen Begriff gerichtete, identifizierende Vernunft. Und damit wiederum das auf die Vernunft gegründete, rationale Subjekt. Die abendländische Geistesgeschichte ist eine fast ausschließlich auf die Selbsterhaltung, Selbstbestätigung, Selbstverwirklichung, Selbststeigerung, zielende Kultur. Darum muss alles auf das Eine und die Einheit mit dem Einen ausgerichtet werden. Gott ist diese Einheit, er ist das absolute Ich. Von Gott wird im Alten Testament gesagt, ich bin, der Ich bin. Es ist heute das persönliche Ziel vieler Menschen eben das von sich sagen zu können. Und es ist das mystische Ziel, eins zu werden mit Gott, zum wahren Selbst zu finden. Der Buddhismus verneint und leugnet diesen Weg und die Möglichkeit der mystischen Selbst- und Einheitserfahrung nicht. Er lehnt sie nicht ab und schließt sie nicht aus. Sie ist auch bei ihm und im Zen zu finden und spielt dort eine nicht unwesentliche Rolle. Doch ist sie nicht die einzige spirituelle Erfahrung, nicht der einzige meditative Weg und nicht die einzige Wahrheit. Mehr noch, sie ist nicht der Weg, um den es dem Buddha letztlich ging, nämlich der, uns vom Leiden zu befreien. Der Buddha hat, und das ist von größter Bedeutung, die oben aufgezeigten Bereiche der direkten, sinnlichen Wirklichkeit nicht aus seiner Spiritualität ausgeschlossen und damit die spirituelle Erfahrung nicht auf die mystische Gotteserfahrung oder Einheitserfahrung eingeschränkt, sondern er hat sich in jenen sinnlichen Lebensbereichen in einem eigenen, einem zweiten spirituellen Weg zugewandt. Diesen zweiten Weg des Buddhismus kennen Sie längst auch schon vom Begriff her. Sehr wahrscheinlich sind Sie sich aber dessen nicht bewusst, dass es sich hierbei um einen anderen, der mystisch gegenüber parallelen oder alternativen Weg handelt. Es ist der Weg der Achtsamkeit. Das Satipatthana, der Vipassana-Meditation. Dieser Weg ist mit dem mystischen Weg in keiner Weise gleich und identisch zu setzen. Es ist eine eigene Praxis, die darum auch zu einer nur ihr eigenen Erfahrung führt. Damit komme ich zum wichtigsten, wie auch abschließenden Teil meiner Darstellung, Nämlich der kurzen Beschreibung der Samatha- und Vipassana-Meditation. Im heutigen westlichen Wissen über den Buddhismus und seine Meditationspraxis existiert ein, ich möchte schon fast sagen, tragisches Nichtwissen über die von Buddha gelehrten und praktizierten beiden grundlegenden Meditationswege. Diese zwei verschiedenen Arten von Meditation werden in Pali-Sprache Samatha und Vipassana genannt. In Sanskrit Samatha und Vipassana. Samatha heißt Sammlung. Das Wort Sam ist auch verwandt mit unserem Deutschen Sam oder Zusammen. Also Samatha heißt Sammlung, Konzentration, Geistesruhe. Vipassana, Vipassana heißt Einsicht, Achtsamkeit, Gewahrsein. Sie sind in ihrer Ausübung, in ihrem Ziel, in ihrer Wirkung grundverschieden. Es gibt seit Buddha also nicht nur eine Meditationsmethode, den Weg des Sassen, sondern es gibt zwei unterschiedliche spirituelle Pfade und Arten der Praxis zu zwei völlig verschiedenen spirituellen Erfahrungen. Und ich gehe hier so weit, man kann den Buddhismus und damit auch den Zen nicht wirklich verstehen, wenn man diese beiden Wege nicht kennt und unterscheiden kann. Sie dürfen aber auch nicht, und das ist ebenfalls von großer Bedeutung, gänzlich voneinander getrennt werden. Denn sie sind, wie bereits gesagt, komplementär zueinander und ergänzen sich gegenseitig. Was ist Samatha-Meditation? In der Praxis des Samatha geht es um das, was der Name sagt, nämlich um die Sammlung des Geistes, um Konzentration, um das zur Ruhe, zur Stille, zum Frieden kommen und damit auch das Klarwerden des Geistes, um das zur Einheit finden und Einswerden des Geistes. Die Samatha-Meditation ist die stetige Ausrichtung des Bewusstseins auf ein einziges Objekt, also stetig und ein Objekt. Das Meditationsobjekt muss ein geeignetes Objekt sein, eines, das eine gewisse Beständigkeit oder Kontinuität hat. Denn dieses Objekt muss geistig festgehalten werden. Das traditionelle Objekt ist der Atem, obwohl auch er in sich bewegt ist. Doch unser Atem ist während unseres ganzen Lebens immer vorhanden. Im Samatha wird der Atem geistig fixiert und so zu einem Gegenstand der konzentrativen Betrachtung. Das Objekt kann aber auch ein Bild sein, eine Person, ein Wort, ein kurzer Satz, eine feste Formel oder ein Mantra. Eine einfache Ebene und anfängliche Form der Sammlungspraxis ist die Kontemplation. Das lange, ruhige, bestätige Betrachten eines Gedankens oder Bildes oder Textes, wie es das im Abendland, in der Religion, in der Philosophie, in der Kunst auch immer gegeben hat. In der indischen Tradition versuchte man schon sehr früh, über diese einfache Sammlungsebene hinaus zu gelangen. das Denken und Fühlen und damit jede Bewegung des Geistes hinter sich zu lassen. Das heißt aber nicht, dass der Geist selbst überschritten wird. Das In-sich-Ruhen und Eins-Sein des Geistes ist Samadhi, bis heute vor allem als Yoga-Meditation bekannt. Als Samatha ist es in allen Schulen des Buddhismus zu finden und wirklich in allen Schulen. und als Weg der Konzentration oder Kontemplation findet es sich in allen mystischen Traditionen aller großen Religionen. Da die Sammlung zu dem führt, worauf sie gerichtet ist, nämlich auf das Eine, ist ihr Ziel auch die Erfahrung des Eine, die vollkommene Einheit des Geistes und die Einheit des unveränderlichen Bewusstseins mit dem unveränderlichen Geistesobjekt. Das ist das, was wir Mystik nennen. Der Samatha-Weg ist ein Weg des Aufstiegs. Seine Praxis kennt verschiedene Stufen. Nach buddhistischer Tradition sind es acht. Sie werden in Sanskrit Dhyana in Pali Jhana genannt. Auf Deutsch Vertiefung. Jhana heißt nicht Gewahrsein, sondern Vertiefung. Aus dem indischen Begriff Jhana für die Stufen der Samatha-Meditation wurde übrigens, das haben Sie auch gestern schon gehört, wurde das chinesische Chan, koreanisch Son, vietnamesisch Tian, japanisch Zen. Das Zen oder Sassen ist also die in allen buddhistischen Schulen bekannte Jhana oder Samatha-Praxis und nichts Eigenes und Einmaliges. Die acht Chanas oder Samatha-Stufen, denen ein langer und, wie wir alle wissen, nicht leichter Weg der Bemühung um Stille, Konzentration und Einigung des Geistes vorausgeht, werden nach dem Überschreiten der sogenannten angrenzenden Sammlungen folgendermaßen beschrieben. Das sind, was ich jetzt beschreibe, sind also diese acht Stufen der Chana-Meditation. Auf der Anfangsebene im ersten Chana hat der Geist keine Mühe mehr, für lange Zeit unbewegt bei seinem Objekt der Betrachtung zu verweilen. Alle Sinneswahrnehmungen verschwinden. Und das ist wichtig, die Sinneswahrnehmungen sind weg. Im Vipassana sind sie aber nicht weg, sondern sie sind gerade das, worauf man sich orientiert. Alle Sinneswahrnehmungen verschwinden. Es gibt jedoch noch Reste von Denken und Vorstellungen und es treten aufgrund der starken Konzentration unter Umständen starke geistige Bilder hervor. Es kann zu Lichterscheinungen, Visionen, übernormalen geistigen Eindrücken kommen. Im zweiten Chana endet die Gedankentätigkeit. Der Geist bleibt sehr stabil beim Objekt, was zu überwältigender Freude und Verzückung führt. Im dritten Chana wird diese Freude stiller und subtiler und es tritt ein Zustand von großer sanfter Glückseligkeit ein. Im vierten Chana verschwindet auch noch dieses Gefühl und ein Zustand von vollkommenem Frieden, Stille, Ruhe und geistiger Unbewegtheit ist da. Dieses ist die nun oft genannte Einheitserfahrung. Im Sen wird wird sie auch Einspitzigkeit des Geistes genannt. Auf den weiteren Chana Stufen von fünf bis acht wird diese Einheitserfahrung noch vertieft. Die fünfte Stufe ist die Erfahrung von Raumunendlichkeit. Die sechste Stufe die von Bewusstseins Unendlichkeit. Die siebte Stufe ist die der Nichtsheit. Diese Erfahrung wird sehr sehr häufig mit der buddhistischen Leerheitserfahrung gleichgesetzt, was jedoch ein großes Missverständnis ist. Beide Erfahrungen sind völlig verschieden. Es geht darum, wie Sie vielleicht auch gesehen haben bei den Chanas, bei diesen Stufen und bei Samatha darum, immer weniger, es wird immer reduzierter, es fällt immer mehr weg, also es fallen die Gedanken weg, es fallen Gefühle weg und so weiter. Es fällt auch die Vorstellung von Bewusstsein und dergleichen weg und deswegen bleibt schließlich das Nichts übrig. Das ist die siebte Stufe. Das Einzige, was aber noch da ist, ist, immer noch etwas ist, was das Nichts erkennt. Und darum gibt es noch eine weitere Stufe, nämlich die achte und die heißt weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung. Hier gelangt der menschliche Geist an seine eigene Grenze und erendet die Praxis und der Aufstieg. Ein Überschreiten dieses Chanas würde bedeuten, dass sich das Bewusstsein auflöst, sich selbst überschreitet, was normalerweise den Tod des Menschen darstellt. Das kennen wir in der Medizin als den Hirntod. Kein Bewusstsein mehr. Die Meditationsform des Samatha oder der Chanas war in Indien schon vor Buddha bekannt und verbreitet. Der Buddha hat sie auf seiner Suche nach Befreiung von den Ursachen des Leidens vor seinem Erwachen kennengelernt und bis in die höchste Ebene in das achte Chana hinein verwirklicht. Dabei kam er zu der Erkenntnis, dass dieser Weg den Geist zwar auf unvorstellbare glückliche und himmlische Ebenen hebt, dass sie ihn aber nicht zu dem von ihm angestrebten Ziel der Befreiung vom Leiden führt. Diese Erkenntnis ist für den Buddha, für den nachfolgenden Buddhismus und für die Geschichte der Religion und der Mystik überaus bedeutend und folgenreich. Denn damit tritt das hervor, was die Lehre und Praxis des Buddha von allen anderen mystischen Wegen in der Welt unterscheidet. Es ist der bereits mehrfach angedeutete alternative oder komplementäre spirituelle Pfad, die Praxis der Achtsamkeit und die Vipassana Meditation. Diese Meditationsform hat der Buddha alleine entdeckt und entwickelt. Sie bildet das Zentrum seiner gesamten Lehre und Praxis und sie ist der besondere und einmalige Beitrag, den der Buddha den spirituellen Wegen und Möglichkeiten der Menschheit hinzugefügt hat. Was ist also Vipassana Meditation? Auch hier versucht es der Name zu sagen und der heißt Einsicht, Achtsamkeit, Gewahrsein. Das genügt aber noch nicht zum wirklichen Verständnis. Vipassana unterscheidet sich von Samatha dadurch, dass sich die meditative Betrachtung hier nicht beständig auf ein einziges stabiles Objekt richtet, sondern erstens auf jedes Objekt, völlig egal, alles kann Gegenstand der Vipassana Meditation sein, jedes Objekt und wechselnde Objekte. Es muss nicht stetig sein, sondern es kann von Moment zu Moment wechseln. Wechselnde Objekte. Und zweitens nicht auf ein unbewegliches, dauerhaftes, festes Objekt, sondern umgekehrt die Vielfalt, Unbeständigkeit, Prozess und Momenthaftigkeit aller Erscheinungen wahrnimmt. Und als solches ist Vipassana drittens auch nicht vorwiegend auf geistige Objekte ausgerichtet, sondern insbesondere auf unsere Sinneswahrnehmung, auf das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und insbesondere das Tasten und die körperlichen Empfindungen. Vipassana braucht ein gewisses Maß an Samatha, an Konzentration, Klarheit und Stille des Geistes, um praktiziert werden zu können. Deswegen kann im Allgemeinen auf die Samatha, also die Chana oder Konzentrationspraxis nicht verzichtet werden. Vipassana ist aber nicht ausschließlich auf den Geist, das heißt auf das Denkbewusstsein und dessen Objekte fixiert, wie die Samatha-Praxis und die Mystik, sondern zunächst vor allem auf den Körper gerichtet, dann auf die Gefühle, dann auf den Zustand des Geistes und dann erst auf die Inhalte des Geistes. Die dort gewonnenen Eindrücke werden nicht als Einheit erfahren. Das ist hier auch gar nicht möglich, denn alles Sinnliche ist, wie schon gesagt, nur als Vielfalt und Veränderung da. Die unmittelbare sinnliche Erfahrung der Wirklichkeit wird stattdessen als Offenheit oder Leerheit erfahren. Und innerhalb dieser Erfahrung erlangte der Buddha das Erwachen und die Befreiung vom Leiden. Samatha arbeitet mit stabilen geistigen Objekten, also die Konzentration mit stabilen geistigen Objekten und das heißt mit Konzepten und inneren Vorstellungen. In der Samatha-Meditation wird der Atem zu einem inneren geistigen Objekt. Darum führen jene auf den Cana-Stufen auch gelegentlich zu Visionen. Vipassana dagegen lässt alle Konzepte, Vorstellungen, Bilder, Visionen hinter sich, ist ausschließlich auf die direkte sinnliche Erfahrung oder Empfindung ausgerichtet. Von daher kann es hier auch keine Erfahrung von Einheit geben, denn Einheit ist immer ein geistiges Konzept. Eben das erkannte durchaus zutreffend auch die klassische griechische Philosophie und Metaphysik. Doch während jene deshalb die sinnliche Erfahrung abwertete, vermied, er verneinte und nur noch die Vernunft Erkenntnis als existent und wahr gelten ließ, ging der Buddha den entgegengesetzten Weg, den in die Sinne hinein, mit den Sinnen mit und durch die Sinne hindurch. Das war sein großer Durchbruch und seine vollständige Befreiung. Und das ist Buddhismus und das ist letztlich auch Senn. Vipassana ist kein Weg des Aufstiegs, obwohl es auch Entwicklungsphasen kennt, sondern ein Weg des Durchbruchs. Ich komme zum Schluss. Wir leben heute nicht mehr in der Zeit der mittelalterlichen christlichen Scholastik, in der uns die berühmten Lehrer, der Mystik, Meister Eckhardt, Teresa von Avila, Johannes von Kreuz, die metaphysischen Begründungen und Deutungen des Weges gegeben haben. Albertus Magnus, der Lehrermeister Eckhardts, bestimmte in seinem Aristoteles-Kommentar das Wesen des Menschen als »In In Quantum Homo Solus Est Intellectus« Im Ganzen ist der Mensch allein Intellekt. Intellekt darf man allerdings jetzt nicht im modernen Sinne verstehen, sondern gemeint ist damit Vernunft, Intelligenz, Geist. Also Intellekt verstehen wir heute mehr als Verstand. Hier ist allgemein Vernunft. Eckhardt folgt ihm darin ganz. Er nennt den Intellektus sogar die Gottessohnschaft des Menschen. Können wir dem heute noch so ohne weiteres zustimmen? Wir können wohl auch nicht mehr der Ansicht von Meister Eckhardt folgen, dass das, was die Vernunft und die Metaphysik erkenne, völlig übereinstimme mit dem, was die Offenbarung und die Bibel sage, und beide wiederum übereinstimmen würden mit der Wissenschaft von der Natur und den Dingen. Eine moderne westliche Spiritualität kann daran nicht mehr ungebrochen anknüpfen und diesen Weg einfach weiterverfolgen oder wiederherstellen. Schon gar nicht, wenn in unserer heutigen Praxis in starkem Maße Elemente aus der Tradition des Buddhismus übernommen werden, die dieser metaphysischen Grundlage und Deutung gerade nicht folgen. Aber auch nicht, weil, wie schon gesagt, die abendländische Metaphysik aufgrund der Erkenntnisse der neuzeitlichen Wissenschaft schon lange in eine schwere Krise geraten ist und immer weniger unsere eigene Kultur bestimmt. Auch die heutige abendländische Mystik muss sich darum öffnen, muss sich dem spirituell Neuen und Anderen zuwenden, nicht nur die Kirche, das Christentum und die westliche Kultur. Zumal sich diese Öffnung zum Anderen hin zur sinnlichen Wirklichkeit in parallelen kulturellen Bereichen, beispielsweise im Bereich der Psychotherapie und der Körpertherapie, längst schon vollzieht und längst auch die westliche Spiritualität beeinflusst. Diese Öffnung geht allerdings dann an der Qualität völlig vorbei, wenn sie wieder auf herkömmliche Weise als Weg zum Einen interpretiert wird. Jenes Neue und Andere der Wirklichkeit wird uns heute in einmaliger Weise von der Achtsamkeitslehre und Praxis des Buddha gezeigt. Wollen wir sie ernsthaft kennenlernen, müssen wir uns auch wirklich öffnen und uns diese und unsere westlichen philosophischen Konzepte fallen lassen. Der Weg der Achtsamkeit ist der direkte Weg zur unmittelbaren Erfahrung der Wirklichkeit, wie es in Grußwort zu unserem Symposium heißt, und zwar über die direkte sinnliche Erfahrung. Dieser Weg zielt darauf, alle konzeptionellen und metaphysischen Identifizierungen fallen zu lassen und unmittelbar den Strom der Wirklichkeit zu erleben. Der Achtsamkeitsweg ist ein Weg, auf den ich meiner meinerseits selbst nicht mehr verzichten möchte, den inzwischen viele nicht mehr vermissen möchte und dem auch die Menschheit nicht ihre Aufmerksamkeit verweigern sollte, weil er uns hilft, durch die innere Freiheit und Verbundenheit, die wir dabei gewinnen, die Ursachen der Entstehung von immer neuem Leiden in uns und in der Welt zu erkennen und aufzulösen. Letzter Satz, und der ist auch selbstkritisch gemeint, einer der berühmtesten buddhistischen Philosophen in Indien, Nagarjuna, lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus, der sagte am Ende seines Hauptwerkes den Satz, wer die Leerheit nicht sieht, der lebt in Täuschung. Wer die Leerheit sieht, dem ist nicht mehr zu helfen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.